Ich bin Theresa und ich studiere Haupt- und Realschuleamt mit den Fächern Deutsch und Mathe. Ich heiße Julia und ich studiere auch Lehramt für die Haupt- und Realschule und ich mache Mathe und Chemie. Ich bin die Nicole, ich mache auch Lehramt für die Haupt- und Realschule, für Mathe und Physik. Ich bin Phil und ich studiere Wirtschaftswissenschaft. Ich bin die Josephine und ich studiere im ersten Semester Lehramt. Mein Name ist Melissa und ich studiere American Studies und English Studies. Ich heiße Naomi und ich studiere Pharmazie. Okay, also ich bin Daniel, ich studiere Kunst, Geschichte und Philosophie. Ich heiße Alina, ich bin Erstsemesterin im Fach BW. Englisch und Deutsch bin ich schon im höheren Semester. Ja, hallo, ich bin Nigamu Amadi und ich bin auch Erstsemesterin für Realschule in den Fächern Deutsch und Mathe. Hi, ich bin Valeria und ich fange dieses Jahr mit Jura an. Lea, ich studiere Americanistik und BWL. Rasmus und ich studiere Wirtschaftswissenschaften. Ja, hallo, ich bin der Joshua und ich studiere Kunstgeschichte und Philosophie als Nebenfach. Mein Name ist Michelle und ich studiere Erziehungswissenschaften. Ich bin die Hanna und ich studiere Kunstgeschichte. Mein Name ist Hong Thang und mein Major this semester ist Business Administration. Ja, und wir kommen von Vietnam und wir sind froh, dass wir hier in diesem Semester in Frankfurt sind. Ja. Ja, hi everyone. Mein Name ist Anne. Mein Major ist Finance und Accounting. Wir sind auch alt. Und wir haben, wir haben schon gehört, dass wir ein Ensuiteches studenten von Vietnam. Hi, mein Name ist Mün Hương und ich bin auch ein Studenten von Business Administration. Vielen Dank. Vielen Dank.